Wir feiern dieses Jahr 45 Jahre Limousin Lützebüsch und dort im Kader von der Feueragie Kohl zu Ettlberg. Limousin ist eine Kau, die am Natursprung gedeckt wird. Sie bekommt alle Jahre E-Kalif, ein ganz gutes Kringlandverwerter und eine ganz gute Fleischqualität. Dadurch hat man sich an den letzten 45 Jahren hier im Land ganz gut durchgesetzt. Man staut 75% von allen Fleischranden aus. In unserem Verein sind wir zu 120 Mömerinnen und Bauern aktiv, die von der engen Zweilöffnung stärker an der Zucht aktiv sind, die regelmässig auf Ausstellungen gehen, auch im Land oder auch im Ausland. Wir haben unsere Präsenz mit Beispielen zu Ettlberg, wo wir ein flottes Rennenprogramm zusammengestellt haben. Das zusammen ist mit dem Arbeiter Ettlberg, der Metzlische Föderation und der Landwirtschaftskammer mit dem Label Produit du Terroir Lützebücher Rundfleisch. Wir werden uns zusammen an einem Zelt präsentieren. Der erste Teil unserer Feierlichkeit in der Ettlberg auf der Foire ist ein interregionaler Konkur, wo aus Frankreich, Deutschland, Amt und Belich wir bedenbar sind. Samstag ist es um halb 2 Uhr, wo wir dann ein Stehen mit 13 Top-Limousins bei stehen. Wir heißen dann herzlich willkommen auf der Foire Arricol vom 3. Juli bis den 2. Juli auf unserem Stand, von der ihr über Top-Zucht an die Haltung von unseren Limousins Beisten informieren könnt. Da bis hin zu einer Degustation von guten Röds bei der Limousins Qualitätsfleisch. Da bis hin zu einer Degustation von unseren Limousins Beisten. Atme zu einer Degustation von unseren Limousins Beisten. Da bis hin zu einer Degustation von unseren Limousins Beisten. Vielen Dank.